Wieder eine komplexe Zahl gegeben, minus 1 plus 5i und ich möchte den Kehrwert haben. Sprich, ich möchte haben 1 durch minus 1 plus 5i. Und wie immer beim Bruch, ich erweitere mit dem Komplex konjugierten, also ich ändere unten das Vorzeichen von der Zahlform i, also mit minus 1 minus 5i. Erweitern heißt, ich multipliziere unten damit und oben. Und jetzt multipliziere ich unten und oben getrennt aus. Oben, wieder nichts Intelligentes, einmal irgendwas bleibt unverändert stehen. Unten, dritte binomische Formel oder ausmultiplizieren. Ich habe es im letzten Beispiel über binomische Formel gemacht, also multipliziere ich diesmal aus. Also jedes mit jedem. Minus 1 mal minus 1 gibt plus 1. Minus 1 mal minus 5i gibt plus 5i. 5i mal minus 1 sind minus 5i. 5i mal minus 5i sind minus 5 mal 5 ist 25 und i mal i sind i Quadrat. Wie kann ich das Ganze vereinfachen? 5i minus 5i fällt weg. Oben ändert sich nichts. Unten habe ich i Quadrat sind minus 1. Mit den minus 25 sind es plus 25. Plus 1 sind 26. Und damit ziehe ich das Ganze nochmal auseinander. Also den Bruch ziehe ich auseinander in minus 1,26 minus 5,26 mal i. Ich habe damit mein Ergebnis in kathesischen Koordinaten a plus b mal i. und mit. Und damit es berechtigt.